Hallo, hallo, herr ich mal her. Wir werden von dir von vier Permits reden. Wo neuer fehlt uns ein vier Permit? Uns fehlt ein vier Permit von dem 1. April und den 1. Oktober. So, den 31. Oktober. Gut wahr, wenn wir ein vier haben, dann fehlt uns ein vier Permit. Wir werden von einem Burning Barrel oder einem Fire Pit oder einem Stort. Aber wir wollten sagen heute, dass wir einen Burning Barrel in einem Stort haben können. Wenn wir in Burdett, wo Island, Winifred, Orion, Mini Berries, wenn wir in einem Stort, in den Stort, in den City Limit werden, wenn wir in einem Stort haben, dann sind wir mit einem Burning Barrel und du bist vier. Aber ihr könnt einen kleinen Fire Pit hängen, weil es safe ist. Und das ist in einem anderen Video. Ein anderer Ding, was wir wollen sagen wollen, ist, dass der vier Permit ist frei. Okay? Ihr braucht nicht für dort für die Tour. Und das gehört für drei Däu über den Fire Chief, wenn ihr den Funden habt, heute kommt dort vier Permit länger mehr. Fireworks, kann ich Fireworks haben. In der Stort kann ich nicht Fireworks haben. Oder wenn ihr in der County wohnen, kann man einen Fireworks Permit haben. Um, was ihr uns verstanden, würde ich vergessen haben. Ich wollte nicht. Uwe, was heute denkt, dort ist es so wichtig, dort wir in der Stort nicht an der Garbage verbrennen. Und dort, wann wir in den vier haben, in der County, wann wir an der Bleerwärmung verbrennen bis auf ihr, dort wir in eine Anführung für den Fire Permit. Und wenn es in der Saar oder ein Ticket für den Fire Permit dort ist, oder nur an dir. Und ich wollte gerade hier besitzen, wo ihr eine Liste von dem Fire Permit, wann wir nicht einen Fire Permit haben und wie ein vier haben, dann weiter lose, oder? und Gott kommt.